der 21 teilige ring maul schlüssel satz kommt in dieser praktischen rolltasche die ich auch in der werkstatt aufhängen kann und wie die ausgerollt aussieht schauen wir uns jetzt an dieser wirklich große und umfangreiche satz umfasst im oberen bereich die schlüsselweiten von 6 bis 14 mm durchgehend und im unteren bereich von 15 bis 22 meter durchgehend und dann in den standardgrößen 24 27 30 und 32 mm alle schlüssel im satz sind matzatiniert das heißt sie sind sehr leicht zu reinigen und bieten eine hervorragende griffigkeit für mehr stabilität ist die tasche rahmen vernäht und um diese aufzuhängen in der werkstatt sind zwei ösen vorhanden